Der Attersee ist derzeit Hotspot der Unterwasserarchäologie. Hier beim Strandbad Seewalchen, gleich neben dem Sprungturm, wird getaucht, gegraben und geforscht. Wo heute nur Wasser zu sehen ist, war vor mehr als 5.500 Jahren eine ganze Siedlung. Damals bauten die Menschen hier ihre Häuser auf Stelzen. Die Pfahlbauten sind an sich ganz normale prähistorische Häuser aus Holz, die einfach auf Holzpfählen errichtet wurden und damals aber am Ufer. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum zu glauben, dass die Pfahlbauten im Wasser standen, auf irgendwelchen großen Plattformen, so hat man das teilweise auch in der Schule noch gelernt. Mittlerweile wissen wir, die standen eben einfach am Ufer. Und mit den Jahrhunderten und Jahrtausenden ist der Seespiegel angestiegen und insofern ist das ganze Material dann unter Wasser geraten. Mithilfe speziell ausgebildeter Forschungstaucher soll das damalige Leben im Dorf rekonstruiert werden. Schicht für Schicht werden hier Schlamm und Gesteinreste abgesaugt. Und quasi unter dem Seegrund können sich dann auch noch andere Objekte befinden, wie eben Textilreste, Nahrungsreste und so weiter. Und alle diese Informationen zusammengenommen helfen uns, den prähistorischen Alltag zu rekonstruieren. Das Besondere ist also jetzt nicht die ursprüngliche Bauweise, sondern dass es jetzt noch erhalten ist, weil eben diese besonderen Bedingungen unter Wasser das möglich machen, dass das eben nicht sich aufgelöst hat in der Erde, so wie das bei einer Landgrabung wäre. Die Unterwasserpfahlbauten gibt es aber nicht nur am Attersee, hier gelb eingezeichnet, sondern auch am Mondsee wurden sie bereits entdeckt. Erst 2011 ernannte UNESCO die historischen Pfahlbauten zum Weltkulturerbe. Es handelt sich hier um ein besonderes Stück Oberösterreich, das es zu erhalten gibt, aber nicht nur zu erhalten im übertragenen Sinne, sondern dass es vor allem auch gilt zu erforschen, zu dokumentieren. Neue technologische Spitzenverfahren kommen hier in Seewalchen damit zum ersten Mal zum Einsatz. Mittels eigens entwickelten Grünleser lässt sich so etwa der gesamte Grundriss der Pfahlbausiedlung feststellen. Das wird schon Neues im Oberösterreich entwickelt und mit statistischer Auswirkung werden wir dann viel genauerer Data kriegen von wo haben Leute gewohnt und wie und wann und was waren die Änderungen unter dem Klima und ihrer Wirtschaft. Und so werden wir hoffentlich Welt-World-Leaders im Sinne von Unterwasserprospektion in nächster Zeit. Das Besondere an unseren ist, dass es noch sehr wenig Forschung dazu gibt und wir hier wirklich Neuland betreten können. Oberösterreich im Brennpunkt der Unterwasserforschung. In fünf Jahren will man hier das gesamte Areal untersucht und geborgen haben. Unter dem Namen Versunken, Aufgetaucht werden bei der Landesausstellung 2020 dann alle Fundstücke und Ergebnisse ausgestellt.